Dieser Tag hier ist einfach was ganz Besonderes, weil ich habe eine tolle Beziehung zu Mainzer Golf Club und die Menschen hier, denen macht es einfach so viel Spaß, hier mitzuspielen, was zurückzugeben und einfach Leuten zu helfen. Ja, als Golfer habe ich schon sehr viel Förderung in meinem Leben erhalten und wenn es dann Menschen gibt wie Sandra Gahl, die sagt, okay, es ist jetzt an der Zeit auch mal was zurückzugeben und sie mich fragt, ob ich da mitmachen möchte, dann denke ich da nicht zweimal drüber nach, sondern bin halt gleich angereist. Unheimlich interessant, geht hoch runter, über Klippen und das hier in Mainz, das ist schon bewundernswert, also ich finde das echt cool. Der Erlös ist natürlich Bombe, dass wir wirklich auch was bewegen können, aber ganz besonders an diesem Tag habe ich gefreut, wie viele Freunde da waren. Hallo, vielen Dank!